Weiter geht's. So, jetzt können wir die erstmal einsammeln. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Bendiciones. Gracias. Mehr ist hier nicht. Mehr ist normal. Eine Kiste. Ein Tumi-Messer. Ein Opfermesser der Inka. Das war's. Das ist ja nix, Alter. Jetzt ständig. Hier ist wirklich gar nix. Ich hab die ganze Zeit die Rennentaste gesucht. Aber die war ja so ein bisschen näh. So, Kind ist in Sicherheit. Ein paar der Sklaven sind in Sicherheit. Banditen sind tot. Oh. Ah, Pablo. Sí, iba corriendo a casa de Avid. Bien, espero que esté bien. Oh. Hm. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Was? Ich brauche ein Feuer! Und dann nicht vergessen die Hütte. So. Feuer. Mach mal. Vorher verteilen wir noch Fähigkeitenpunkte. Zwei Stück haben wir. Ah, ich habe hier was Neues. Haut der Schlange bedeckt sie sich mit Schlamm, um sich an bewachsenen Wänden zu verstecken. Feinde brauchen länger, um sie im offenen Feld zu entdecken. Ach so, das mit weißem Rand habe ich und das andere nicht. Mhm. Ich kann länger die Luft anhalten. Oh, das finde ich gar nicht schlecht, ja. Weil dann kann ich das hier skillen das nächste Mal. Ja, Lockfallen mache ich wahrscheinlich eh nie. Okay, so, Inventar. Upgrades herstellen. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile, Ressourcen und Fähigkeiten. Wählen Sie im Inventar eine Waffe und drücken Sie X, um zum Upgrade-Menü zu gelangen. Hatten wir das nicht schon mal gemacht? Wählen Sie ein Upgrade aus und halten Sie A, um zum Herstellen. Das Upgrade wird automatisch an der Waffe. Das Upgrade wird automatisch an der Waffe, ist doch klar. Vier Updates verfügbar. Okay, Waffen-Upgrades. Verwässern Sie Waffeneigenschaften wie Zielgenauigkeit, Handhabung, Munitions und blablabla. Okay, wir können verstärkte Arme. Verstärkte Arme ermöglicht eine erhöhte Spannung und schnellere Pfeile, was wiederum den Schaden erhöht. Okay. Verstärkte Schaft ermöglicht höheres Zuggewicht, was wiederum den Schaden erhöht. Dann haben wir hier noch Griffumwicklung verbessert die Handlung. Das Handling des Bogens lässt sich schneller spannen. Das haben wir hier. Verlängert dadurch die Haltezeit. Ja, das machen wir. Und individueller Schaft. Verbesserte Form stärkt den Schaft und ermöglicht eine längere Haltezeit. Was ist denn vor? So, mal gucken, ob wir noch irgendwas... Fünf Upgrades verfügen. Okay. Und die kann ich auch alle nutzen. Ist ja geil. Foliert der Lauf. Erhöht somit den Schaden. Reduziert Rückstoß. Reduziert Wahrscheinlichkeit einer Ladehemmung. Ermöglicht eine höhere Feuerrate. Finde ich jetzt nicht schlecht. Machen wir das? Fließmarazin ermöglicht ein glattes, schnelleres Nachladen. Ja. Größe Marazin erlaubt mehr Schüsse. Auch. Ach komm, alles was geht. Blätterlauf reduziert die Schussablenkung. Na, jetzt um den Schaden. Oh. So, wir haben noch ein Gewehr. Zwei Upgrades verfügbar. Höhere Schussfrequenz. Komm. Und Metallschalung... Eine Metallverschalung. Mhm. Schützt den Benutzer vor dem erhitzten Lauf, was schnellere Nachladung ist. Okay. Na, Kampf. Kann man nicht verbessern. Und provisorisches Messer kann man nicht verbessern. Okay. Könnt ihr jetzt noch Klamotten wechseln? Ach so. Hm. Da bräuchte ich jetzt wieder Fälle. Ich hab ein Seil. Und ich hab ein Abseildraht. Traumhaft. Damit hab ich eigentlich alles gesammelt. Und da ich jetzt schon da bin, mach ich das. Ja. 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 aires Ja. 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 Okay, dann viel Glück mit allem. Ja, also ich bezweifle, dass die hier viele Visitenkarten haben. Also wird sie wahrscheinlich auch nicht das Problem haben, dass sie etwas nicht auf die Visitenkarte bekommt. Wo laufe ich denn jetzt schon wieder hin? Okay, ich glaube, hier soll ich noch gar nicht hin. Aber mich treibt es dann immer von links nach rechts, nach oben, nach unten und dann verpasse ich irgendwas noch. Wir wollen daher auch nicht. Hm, oh! Hier ist also der Markt. Aber hier bin ich der Meinung, es war ich bereits. Ich glaube, ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal in den Laden. Was ist, glaube ich, das hier? Hier ist der Händler. Hm. Oh, ich kann jetzt mit Goldstücken kaufen. Was können wir denn kaufen? J&D Model 27. Munitionskapazität. Hm, weniger. war es von�� 갔vatat, äther Händler. Meine quiser. Was will das zuhört?